Guten Abend beim Wetter mit 6 Grad, was heute am wärmsten in Kötschach-Mauten, in Kärnten und im Laufe der Woche wird es dann auch schon milder. Wir haben sehr schöne Fotos von Ihnen bekommen. Vielen Dank an Tirol, Oberösterreich und Salzburg. Laden Sie doch Ihre Fotos hoch auf extra.orf.at. Vielen Dank nochmals an dieser Stelle. Und morgen am Montag, da gibt es noch ein paar Schneeschauer und zwar von Salzburg ostwärts und schon bald scheint auch die Sonne. Am meisten scheint die Sonne von Vorarlberg bis nach Kärnten und es wird eine Spur milder. Die Temperaturen liegen bei minus 3 bis plus 3 Grad, 7 Grad und am wärmsten ist es in Südtirol. Am Dienstag, das ist der kälteste Tag der Woche. Da gibt es viel Sonne und auch Nebel in der Früh. Am Mittwoch, da geht schon langsam mit den Temperaturen bergauf, aber es wird auch wechselhafter. Morgen ist wieder Sigi Fink da. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.